Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute sitzt vor mir der YouTuber mit fast 400.000 Abonnenten, der Autor oder Bestseller-Autor besser gesagt und Honorarberater Marc Friedrich. Wir kennen uns, wir duzen uns. Du warst vor circa zwei Jahren einer meiner ersten Gäste auf diesem Kanal. Da hatte ich noch 13.000 Abonnenten und jetzt sind wir bei 130.000. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, absolut verdient. Ich bin begeistert. Danke, ich werde jetzt nicht fragen, was du dir von mir anguckst, weil ich weiß, du hast dafür keine Zeit. Doch, das eine und andere Video tatsächlich. Okay, cool. Ja, wir sprechen heute über dich, über dein neues Buch, die größte Revolution aller Zeiten. Ich habe es dir schon vorher so angedeutet, ich war ja ein bisschen ärgerlich damit, mir so ein 500 Seiten Schinken hier hinzulegen. Sorry. Es ist ein, aus meiner Sicht, ein Nachschlagewerk ein bisschen. Es geht um Geld, es geht um Bitcoin und Bitcoin als neues Geld sozusagen. Der Titel, die größte Revolution aller Zeiten. Ich habe dann mal geguckt, das kam jetzt raus, also 2024. Jetzt die größte Chance aller Zeiten. Darüber haben wir letztes Mal geredet. 2021 kam das raus. Und dann dein Buch, das habe ich nicht. Der größte Crash aller Zeiten, 2009, 10. Also immer ein Superlativ. Kannst du mir sagen, warum du immer mit Superlativen arbeitest? Erstens, weil wir in außerordentlichen Zeiten uns befinden. Da muss man mit Superlativen arbeiten. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass da draußen gerade eine Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel vor unseren Augen geschieht. Und zweitens ist es tatsächlich eine Trilogie eigentlich, die aufeinander aufbaut. Weil erst kommt der Crash, dann kommt die Chance und jetzt kommt die Revolution. Weil das Grundübel, das wir gerade sehen in der Welt, ist natürlich unser Geldsystem, weil Geld regiert die Welt. Und deswegen heißt es ja auch im Bitcoin-Bereich Fix the Money, Fix the World, also repariert das Geldsystem, um die Welt zu heilen. Und wir brauchen ein gesundes Geldsystem, ein demokratisches Geldsystem, um die Welt tatsächlich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Weil unser jetziges Geldsystem führt halt zu Inflation, zu sozialen Unruhen, Revolutionen und Krieg. Also das aktuelle Buch mit dem Co-Autor Florian Kössler, können wir an dieser Stelle natürlich auch erwähnen, ist jetzt schon auf der Amazon-Bestseller-Liste. Auf welchem Platz? Ich habe jetzt nachgeguckt, es war in den Top Ten, aber... Es war ganze Wochenende bis gestern Platz 1 und aktuell Platz 3. Und beim Spiegel? Platz 2 auf Anhieb, was absolut gigantisch ist, weil es hätte ich niemals so möglich gehalten. So ein dicker Schinken tatsächlich, und wir haben ja zweieinhalb Jahre dran geschrieben, es waren ja eigentlich 1500 Seiten. Wir müssen uns dann zusammen... Das ist ja eine Zumutung. Sorry, tut mir echt leid. Auf 600 Seiten, aber trotzdem verständlich mit vielen Grafiken auch. Ist jetzt tatsächlich ein Thema wie Bitcoin, dass es auf Platz 2 beim Spiegel kommt, ist schon gigantisch auf Anhieb. Und das ohne große Medienpräsenz eigentlich. Aber das hat ja auch was mit deiner Medienpräsenz zu tun. Wahrscheinlich, ja. Also du bist ja sehr aktiv auf YouTube, weiß ich nicht, ist es fast jeden Tag ein Video? Nein, jeden zweiten eigentlich eher so zwei, drei, vier Videos pro Woche. Aber trotzdem ist es halt, ich dachte, ich hätte erwartet, ja, vielleicht wenn wir es in die Top 20 schaffen, wäre es schon genial. Aber Platz 2 ist also phänomenal. Und ich danke wirklich jedem einzelnen Käufer und Leser. Weil es ist ein wichtiges Thema und es freut mich umso mehr, weil da sehr viel Leidenschaft und Herzblut reingeflossen ist. Und wie du gesagt hast, es ist eher ein zeitloses Nachschlagewerk. Würde ich schon so sagen. Also wie gesagt, Teil 1, da geht es um Geldgeschichte und die Entwicklung hin zum digitalen Geld. Dann Teil 2, Bitcoin, Chancen, Risiken, Mythen. Also da wird Bitcoin erklärt. Und im Teil 3 geht es dann darum, Bitcoin als Währung der Zukunft. Genau. Das heißt, es ist schon schwerpunktmäßig auf Bitcoin. Du bist ja auch ein ausgesprochener Bitcoiner. Ich habe auch gesehen, die Rezensionen auf Amazon sind weitestgehend positiv, ein paar negative. Und die negativen gehen ja eigentlich immer auf einen Punkt zurück. Das ist dieser Vorwurf des Crash-Propheten. Dieser Vorwurf, den Leuten Angst zu machen, um sie zum Kaufen des Buches zu animieren oder zum Kaufen von Bitcoin. Was auch immer, was auch immer. Damit du quasi was davon hast. Was sagst du eigentlich zu diesen Vorwürfen? Also es sind schwache Gegenargumente. Ich habe einfach gelernt, dass wenn die Gegenseite keine wirklichen Argumente hat, dann geht es schnell in die Richtung Diffamierung, Stigmatisierung gegen das Persönliche. Und deswegen ignoriere ich das weitestgehend. Und wenn du auch auf Amazon schaust, die ganzen Einsternbewertungen, die nicht sachlich sind, die sind nicht mit verifizierten Käufen hinterlegt. Das sind einfach Hater und Trolle tatsächlich. Und dieses Klischee, der Crash-Prophet will nur Geld verdienen. Also das habe ich glücklicherweise nicht mehr nötig. Und ich möchte auch niemandem Angst machen. Ich möchte eher den Leuten einen Dienst erweisen, zu sagen, Leute, guckt mal hin, ich sehe hier eine Fehlentwicklung. Und ich bin offen für den demokratischen Diskurs. Ich bin offen für konstruktive Kritik. Und ich habe nicht in allen Punkten recht. Ich hatte ja auch schon oft Unrecht. Und es ist auch wichtig, das einzugestehen, im Gegensatz zu unserer jetzigen Politik, die ja immer richtig liegt anscheinend, dass man auch Fehler begeht. Aber viele Prognosen sind leider eingetroffen. Mir wäre es lieber, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber wir sehen eine Inflation. Wir sehen eine Renaissance der Atomkraft. All das, was ich vorher gesagt habe, genauso die Kollateralschäden der Corona-Zeit sind auch eingetroffen. Und es steht Deutschland vor der Deindustrialisierung, was ich ja auch schon beschrieben habe. Und immer mehr Sozialismus, immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern. Also dahingehend diese Vorwürfe der Diskreditierung, der Stigmatisierung gegen meine Person sind gegeben. Und sehe ich auch. Aber ich merke, wenn ich dann mit denjenigen versuche, ins Gespräch zu kommen, wird ausgewichen. Weil ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit einem FAZ-Redakteur, der auch gesagt hat, ja, schwierig und so, Kontaktschuld etc. Und sie hatten sich damals deswegen kritisch geäußert. Und deswegen ist das Buch eher für uns irrelevant. Und nach einer halben Stunde hat er gesagt, ach Mensch, sie sind eigentlich ganz umgänglich. Und ihre Daten und Fakten sind ja ganz valide. Und ja, okay, schicken Sie es mal rüber. Und ja, also ich bin ja kein Unmensch. Ich will ja nur versuchen, meine Mitmenschen zu warnen vor dem, was passiert. Und meine Meinung zu äußern. Und dazu stehe ich auch. Also meine Thesen oder auch meine Aussagen sind verifizierbar, sind mit Daten hinterlegt. Und wenn jemand ein Gegenargument hat oder ein besseres Argument hat, bin ich auch kein Dogmatiker, der dann sagt, ich habe nur Recht. Mir geht es nicht ums Recht haben. Mir geht es darum, dass wir eine bessere Zukunft für uns alle gestalten. Die Idee, die ich dazu habe, ist, dass man sich manchmal auch, ich sage jetzt nicht, dass es in deinem Fall ist, aber wenn ich dann höre, ja so Stigmatisierung, Diffamierung, dass man sich damit auch manchmal ein bisschen leicht machen kann, um Kritiker so vom Hals zu halten. Weil wie du selber sagst, natürlich vor allem, wenn man Prognosen macht, wird man zwangsläufig falsch liegen. Ich glaube, eine ganz falsche, und da warst du nicht der Einzige, war natürlich das Thema Euro. Dass der Euro irgendwie, dass der nicht mehr existiert oder sowas. Ja, 2023 hatte ich tatsächlich, ich habe nie Zeitprognosen abgegeben, aber im letzten Buch, im letzten Buch, die größte Chance aller Zeit, habe ich gesagt, hey, nach aktuellem Wissen und Gewissen, eigentlich bis 2023 ist Ende Gelände. Aber was man natürlich nicht in Betracht gezogen hat, ist natürlich, dass die EZB auch bereit war, alle Kriterien, alle Gesetze zu brechen. Zum Beispiel die maßliche Kriterien wurden alle gebrochen. Oder dass sie bereit war, auch den Zins auf Null zu senken und natürlich Billionen in die Bilanz aufzunehmen, um Italien, um Griechenland zu retten, um die Staatsanleihen aufzusaugen. Natürlich war ich in einer Reihe mit anderen Honoren, Professoren wie Hans-Werner Sinn zum Beispiel und so weiter. Nach wie vor sage ich, der Euro wird scheitern. Die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich wann. Es wird passieren. Aber würde ich jetzt nochmal wagen, eine zeitliche Prognose abzugeben? Ja, wahrscheinlich eher nicht, weil man da manchmal sich auch wirklich angreift war. Aber ich denke, es wird in den nächsten zehn Jahren definitiv passieren. Und wenn du jetzt aber mal schaust, wie die Kaufkraft... Jetzt hast du doch eine Zeitprognose abgegeben. Ja, also es ist einfach, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Jasmin. Und ich sage einfach, der Euro ist eigentlich schon gescheitert, weil er liegt seit über zehn Jahren auf der Intensivstation, wird ständig gerettet, ohne Eingriffe der Notenbanken, wäre nicht mehr da, wäre schon längst passé. Und parallel sehen wir ja auch, dass die Kaufkraft offiziell, seit Einführung, habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, 40 Prozent an Kaufkraft verloren hat. Wenn du zum Beispiel vor zehn, 15 Jahren in Berlin eine Immobilie gekauft hast, hat die sich ja verdoppelt und verdreifacht. Ist die Immobilie jetzt im Preis gestiegen? Ist die Immobilie größer geworden? Ist sie wertvoller geworden? Hast du noch zwei, drei Stockwerke draufbekommen? Nein. Du musst lediglich doppelt so viel Papierscheine auf den Tisch legen, was zeigt, dass der Euro Kaufkraft verloren hat. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass etwas im Wert nicht steigt, sondern dass der Euro Kaufkraft verliert und du mehr Lebenszeit hergeben musst für die gleiche Immobilie, dann hast du eigentlich das ganze System verstanden. Wir alle wurden enteignet. Wir alle haben Kaufkraft, Lebenszeit verloren, weil du, ich, der Zuschauer, wir alle geben das Wertvollste her, was wir eigentlich besitzen, nämlich unsere Lebenszeit, die wirklich limitiert ist, um Geld zu verdienen. Und wenn dieses Geld dann durch Steuern und Abgaben uns genommen wird oder durch Kaufkraftfluss, durch Inflation, dann ist eigentlich, wie gesagt, Ende Gelände meiner Ansicht nach da. Dann muss man sich dagegen wehren. Und offiziell 39,1 Prozent, aber wenn du jetzt eine Immobilie hernimmst oder Aktien oder Gold oder eben Bitcoin, hast du über 90 Prozent Kaufkraft verloren in gerade mal 15 Jahren bei Bitcoin oder 25 Jahre gegenüber Gold. Wenn man diese Vergleichswerte heranzieht. Also ich glaube, man müsste jetzt, ist die Frage, ob man den Euro zu Bitcoin vergleichen kann, weil Bitcoin ist keine Währung, die im Umlauf ist und die so verwendet wird. Ja, Bitcoin ist Geld. Das ist der Unterschied. Weil Währungen und Geld sind ein Unterschied. Währungen sind Dollar, Yen und so weiter. Aber Geld hat eine Wertspeicherfunktion inne. Also Gold und Bitcoin sind Geld, weil sie tatsächlich limitiert sind durch Natur, durch die Mathematik und sie haben diese Wertspeicherfunktion inne. Aber Papierwährungen haben alle praktisch, werden immer entwertet durch die Druckerpresse der Notenbanken. Entschuldigung, wollte ich kurz erwähnen. Okay, vielleicht bevor wir noch weiter zu dem Thema kommen, das ist mein Herzensthema, würde ich jetzt schon mittlerweile sagen. Also du hast dich da schon ganz gut reingefuchst, weil ich glaube, vor zwei Jahren, als wir miteinander gesprochen haben, war Bitcoin für dich noch nicht ganz so, war es? Doch, doch. Aber es war auch schon in dem Buch drin, als auch schon in den früheren Büchern immer und immer wieder. Aber ich habe damit gewartet, ein Bitcoin-Buch zu schreiben oder ein Buch über das Geldsystem, weil ich wusste, es wird eine Mega-Aufgabe, es wird eine Mammut-Aufgabe. Und es waren ja wirklich, ich habe für kein Buch länger gebraucht, als für das. Also Flörin und ich haben zweieinhalb Jahre recherchiert, geschrieben und so weiter und mussten dann wirklich eigentlich diese 1.500 Seiten zusammenstampfen, zusammendampfen, auch verständliche 500 oder 600 Seiten vielmehr. Und es war schon eine Mammut-Aufgabe. Also es war krass viel Stress, deswegen auch zwei, drei Jahre gealtert, noch mehr graue Haare und mehr Falten. Na, wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, dass ich habe ja gemeint, das sei dasselbe Bild gewesen. Aber ist es nicht, habe ich festgestellt. Auch kein Photoshop. So sehr gealtert bist du dann doch nicht in der Zeit. So ein bisschen, ein bisschen charmant kann man ja auch an dieser Stelle sein. Du sagtest jetzt auch etwas Interessantes und das hast du auch in der Vergangenheit schon gesagt, so dieses Thema, wir leben in außerordentlichen Zeiten. Und du hast dir natürlich vergangene Zyklen angeguckt und hast gesehen, ah ja, irgendwie lassen sich Muster erkennen und dann daraus lassen sich bestimmte Wahrscheinlichkeiten herausziehen oder erkennen. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, sind diese Zeiten wirklich so außergewöhnlich? Findest du? Weil die Frage ist, diese Multikrise oder Polykrise ist ja so ein schönes Wort, das ja gerne verwendet wird. Ich habe die Idee, dass natürlich wir haben den Faktor Internet und der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Social Media und Internet ist wirklich, das möchte ich nicht kleinreden. Nur dieses Thema Polykrisen, das hatten wir schon immer. Nehmen wir mal die 80er Jahre, irgendwie so kalter Krieg, der Atomkrieg stand immer kurz bevor und so weiter und so fort und was weiß ich, was da noch für andere viele kleine Sachen noch waren, von denen ich jetzt aktuell keine Ahnung habe. Aber deswegen frage ich mich manchmal, ob die Zeiten wirklich so außerordentlich sind oder wenn wir als Menschen, die diese Zeit erleben, wir machen sie außerordentlich, weil wir sonst keine Vergleichswerte wirklich haben. Vor allem meine Generation. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, aber wir sehen schon eine Akkumulation von Krisen, wie sie zu unserer Lebzeit noch nicht gegeben war. Natürlich gab es vor 100 Jahren auch schlimme Krisen. Wir hatten die Hyperinflation, wir hatten den Aufstieg der Nazis, wir hatten den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber momentan ist es tatsächlich so, durch die globalisierte Welt sehen wir, dass die Krisen immer mehr zunehmen und auch, dass die Schuldenstände zum Beispiel eskalieren. Also wir haben Rekordschuldenstände. Wir sehen durch die Globalisierung natürlich auch multipolare Krisen beziehungsweise geopolitische Anspannungen. Wir hatten noch nie mehr Kriege aktuell. Wir haben ganz viele Probleme in Ukraine natürlich. Wir hatten Hamas, Israel etc. Und jetzt sehen wir aber auch, dass die Welt sich deglobalisiert. Wir sehen, dass der Hegemon USA, also das Pax Americana am Niedergang ist. Dass wir das Ende dieser Hegemonie sehen von den USA. Wir sehen, dass die Britzstaaten sich emanzipieren gegen die USA, gegen die Weltreservewährung Dollar. Also das sind schon Krisen, die sind wirklich gigantisch. Und es passt auch zu den Zügeln, die ich ja im Buch mit Florian gemeinsam aufgezeigt habe, dass wir jetzt einen Demokratiezyklus sehen, dass wir einen Kriegszyklus sehen, dass wir mehr geopolitische Anspannungen in nächster Zukunft erleben dürfen. Deswegen auch die Kriegsrhetorik der Bundesregierung ist mit Alarmzeichen zu versehen, weil man merkt schon, man möchte von den eigenen Problemen ablenken und zuckt einen neuen Feind. Weil wenn der Tag sozusagen Struktur haben soll, dann braucht man einfach ein Feindbild. Und das Feindbild war, was ich früher querdenker, Corona-Leugner. Dann war es irgendwie rechts. Und jetzt ist es halt dann wahrscheinlich der Russe und Putin, weil der wird morgen hier einmarschieren. Also da möchte man halt auch ablenken und die Bevölkerung sozusagen auf seine Seite ziehen, weil es geht ja jetzt um ein großes neues Mantra, das man verfolgt. Und wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, ist es tatsächlich so, es gab immer Krisen. Aber ich glaube, wir alle spüren ja intuitiv, dass das System aus den Fugen geraten ist. Dass wir tatsächlich in der Zeitenwende sind. Nicht so, wie es unser Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, sondern wir spüren es da draußen. Die Welt ist nicht mehr die alte wie vor Corona. Wir merken, es hat sich was geändert. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Die Politik ist komplett unfähig. Die grüne Transformation ist ein Scherbenhaufen. Die Energiewende funktioniert nicht. Das Heizungsgesetz, das Selbstbestimmungsgesetz, sind Gesetze, die kannst du in die Tonne treten. Und diesen Unmut, das spiegelt sich ja auch in den Umfragewerten wieder, beziehungsweise in der Entstehung neuer Parteien. Wir sehen eine Art Weimarisierung eigentlich, der Parteienland, wo es neue Parteien entstehen. Und dass auch die Möglichkeit der Kommunikation, des Diskurses nicht mehr gegeben ist. Was ja eigentlich der Grundpfeiler einer funktionierenden pluralistischen Demokratie ist. Und da sage ich schon, es ist eine neue Zeitenwende. Es ist eine Zeiten-, ein Paradigmenwechsel. Und da sollten wir uns darauf vorbereiten, weil die nächsten Jahre werden sehr turbulent werden. Und ich will jetzt kein Crash-Prophet sein, weil das sind die Zyklen, die immer und immer wieder kommen. Weil wir alle werden ja durch Zyklen beeinflusst. Also, was ich, Sonne, Mond, Tag, Nacht, Ebbe und Flut, Jung und Alt, die Jahreszeiten da draußen. Und so gibt es halt auch Zyklen im Bereich Demokratie, politische, gesellschaftliche Systeme, Geldsysteme und so weiter. Und auch Kriegszyklen leider. Das ist ja jetzt aber auch ein sehr, sagen wir mal, fokussierter Blick auf Deutschland, den du gerade gezeichnet hast. Ja, so von der Politik, die hierzulande stattfindet. Und ich sage ja nicht, also ich meine, wir haben bestimmte geografische Bereiche so auf der Welt, die so zusammen, also der Westen so zum Beispiel. Dann sagt man ja so schön der globale Süden. Was auch immer da jeweils damit gemeint ist. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Definitionen davon. Aber was du gerade gezeichnet hast, war ja schon sehr auf Deutschland. Kann man aber auch global ausspielen. Wir sehen ja zum Beispiel, dass immer mehr interessante Paradiesvögel an die Macht kommen. Javier Millet zum Beispiel in Argentinien. Donald Trump steht für seine Rückkehr ins Weiße Haus. Vielleicht, ja. Also ich meine, so sicher ist das ja noch nicht. Also wenn sie die Wahlen nicht wieder irgendwie manipulieren oder irgendwie Trump erschießen, spricht eigentlich alles dafür. Also hat Iowa wirklich mit einem grandiosen Sieg. Also ich bin kein Befürworter von Trump, ja. Aber er hat wirklich deutlich gewonnen, auch New Hampshire und so weiter. Und Joe Biden ist einfach eine Marionette. Der Mann ist alt und krank, ja. Ja, okay. Aber also ich finde, Trump ist auch ganz schön alt geworden. Ja, natürlich. 78. Ja, ja. Aber ich meine, man sieht, es fällt einfach mehr auf, noch als der Präsident war damals. Aber hast du von dieser Taylor-Swift-Strategie gehört, die es angeblich geben soll? Ne, erzähl mal. Ja, also Taylor Swift, da kennst du ja die super bekannte Sängerin. Und die soll natürlich junge Wähler mobilisieren. Und für Joe Biden, selbstverständlich. Natürlich, ja. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie so eine verborgen, kein Geheimtreffen, ja. Keine Geheimstrategie. Sondern auch wie offizielle Verschwörung. Von mir aus, ja. Also es wird halt nur gerade so diskutiert darüber in den USA. Und ich glaube, so was kann einen wahnsinnigen Einfluss haben. Das könnte ein Game Changers sein, ja. Genau, weil die ganzen jungen Wähler, die neu registrieren, weil es sind ja neue Gen-Z-Wähler, kommen ja jedes Jahr dazu. Ja. Und das darf man tatsächlich nicht mehr sagen. Natürlich, also da bin ich d'accord, klar. Das hat natürlich auf jeden Fall Einfluss auf die Wahl. Und mal, also wie gesagt, momentan sieht es so nach aus, dass eigentlich Trump gewinnt, weil Biden ist einfach unwählbar. Und ich verstehe es auch nicht, warum Demokraten keinen adäquaten, jüngeren Kandidaten haben oder Kandidatinnen. Das haben wir dahingestellt. Aber ja, aber wir sehen einfach, dass wir hier auch eine Zeitenwende sind, dass zum Beispiel die AfD jetzt bei Umfragen bei 20, 23 Prozent ist. Aber was bedeutet, also bevor wir zur AfD kommen, was bedeutet das für dich? Du hast jetzt Trump erwähnt, der jetzt vielleicht wieder an die Macht kommen könnte. Du hast Millet erwähnt in Argentinien, ja, der libertäre Anarchokapitalist. Was bedeuten denn diese Figuren für dich in diesen Zyklen? Was heißt das? Ja, also du siehst am Ende dieser Zyklen immer wieder, dass es entweder solche Ausfranzungen gibt ins Extreme. Oder wir sehen eine Zentralisierung der Macht. Also da habe ich auch diesen Alexander Klapp besprochen, der schon vor über 100 Jahren, vor 200 Jahren, das genauso besprochen hat, dass er gesagt hat, die Zentralisierung der Macht sieht man am Ende dieser Zyklen, wenn die Politik merkt, dass ihnen das Ruder aus den Händen gleitet. Wenn sie merken, sie kommen nicht mehr nach und dann geht es um mehr Repressalien, mehr Überwachung. Das sehen wir ja überall. Wir haben ein Digital Service Act. Wir sehen immer mehr Überwachung, wie immer das digitale Geldsystem soll kommen. Und das zeigt einfach, dass die Protagonisten in den Machtapparaten verzweifelt sind und versuchen natürlich, die Macht zu erhalten. Aber sie merken, wie immer bei den Imperien aufsteigen, aber auch wieder Abschwung sind oder Niedergang sind von Imperien, dass sie dann versuchen, verzweifelt an der Macht zu bleiben. Und das ist seit 2000 Jahren Gang und Gebe. Und deswegen sehen wir dann auch entweder extreme Parteien, die genau dem Mainstream, dem Narrativ sozusagen entgegensprechen wie Millay oder halt auch Donald Trump oder AfD oder so. Oder halt, dass dann parallel die jetzigen Machteliten versuchen, das System am Leben zu erhalten, indem sie halt immer Repressalien werden, immer mehr Abhängigkeiten erzeugen durch Bürgergeld, bedingungsloses Grundeinkommen, Suppenküchen, Brot und Spiele sozusagen. Und wenn man das einmal erkannt hat, das sind das Zyklen, die immer wieder kommen. Und du siehst ja den Aufstieg und den Abstieg von Imperien oder von großen Nationen wie Deutschland und so weiter, da ist ganz normal, alle 80 bis 100 Jahre kommt ein neues Geldsystem. Und es sind wirklich Zyklen, wenn du dir die Puzzleteile zusammensetzt, dann siehst du, ah, das gibt es seit über 2000 Jahren, eigentlich seit 5000 Jahren. Aber dann ist es ja nichts Besonderes. Nee, dann ist es ja auch nicht so außerordentlich. Nee, aber jetzt haben wir aber so viele Menschen wie noch nie, so viele Schulden wie noch nie unter eine globalisierte Welt durchs Internet noch miteinander verbunden. Also alles nochmal auf Koks. Alles nochmal, genau. Auf Crack. Genau, alles nochmal potenziert. Und deswegen füllt es sich für uns natürlich auch so an. Und das ist auch, ich meine, ich bin jetzt auch schon lange auf dieser Erde. Es ist auf jeden Fall die krasseste, herausforderndste Zeit der Menschheit zu meiner Lebzeit, die wir jemals gesehen haben. Wir haben den höchsten Inflationsraten. Noch nie waren die Inflationsraten höher gewesen, vor kurzem in Deutschland mit 9 oder 10 Prozent, wie jetzt zuletzt. Also es war zuletzt, glaube ich, in den 70ern, da war ich noch nicht auf der Welt dann tatsächlich. Und deswegen ist es schon für uns, weil wir haben die Krisen ja nicht erlebt, wie, was ich, in den Zweiten Weltkrieg oder so. Die Generation, die die Krisen wirklich erlebt hat, die sind zumeist jetzt nicht mehr da und können nicht mehr davon berichten. Und wir machen jetzt halt auch unsere Krisenzeit durch. Das hört sich stressig an, ja, was du gerade so erzählst. Tut mir leid, ja. Ja, es hört sich irgendwie ja so unangenehm an. Wie gehst du damit um? Hm, gute Frage. Ja, also ich habe Ausgleich natürlich durch meine Familie. Ich habe gute Menschen um mich herum, liebe Menschen, gute Gespräche. Und ich weiß auch, dass diese Katharsis wichtig ist für die Entwicklung und die Evolution der Menschheit. Weil, wenn du da auch wieder in den Rückspiegel der Geschichte schaust, siehst du einfach, dass diese Krisenpunkte auch eigentlich eine Art Sprungbrett waren für die Entwicklung der Menschheit. Da kamen die besten Innovationen hervor. Also der Mensch wird dann unglaublich erfindungsreich, progressiv und innovativ und kreativ. Und deswegen sind Krisen wichtig. Ich meine, schau in deine eigene Biografie, wie das bei dir war. Wann hast du den größten Lerneffekt gehabt, wenn du einfach auf die Nase gefallen bist? Und das war bei mir genauso. Die erste Fünfe in Mathematik, die erste enttäuschte Liebe, die erste Zurückweisung, die erste Ausladung von ZDF und ARD, weil ich kritische Sachen gesagt habe und so weiter. Er ist so. Was ja jetzt immer noch passiert. Was ja immer noch passiert, natürlich, klar. Aber ich habe für mich entschieden, ich möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ich möchte Rückgrat beweisen. Ich möchte auf meinem Sterbebild irgendwann zurückblicken und sagen, ja, ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Weil da glaube ich auch an Karma. Tue Gutes und dir widerfährt Gutes und sei einfach ehrlich und authentisch. Und ich glaube, das wissen die Leute auch zu honorieren. Sonst hätten wir beide keinen so krassen Wachstum auf den sozialen Medien, auf YouTube und so weiter. Weil die Menschen merken, hey, du redest wirklich so, wie du denkst. Ich war vor kurzem eingeladen und da war dann auch jemand da, der hat dann gesagt, Mensch, Marc, ich bin ein Riesenfan und was mich am meisten begeistert, du bist wirklich so, wie du bist, vor der Kamera wie hinter der Kamera. Und ich bin ja kein Schauspieler. Natürlich bin ich so. Und du bist ja genauso. Wir machen ja keine Rolle und ziehen uns irgendwie um und werden auf einmal ganz komisch oder reden anders. Nee, ich denke so oder ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das wissen die Leute entweder zu schätzen oder sie hassen es natürlich. Also, da habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Glaubst du an richtig und falsch? Ja, klar. Okay. Du nicht? Weiß ich manchmal nicht so genau. Okay. Weiß ich manchmal nicht so genau. Wieso? Weil man, wenn man verschiedene Perspektiven einnimmt, die Bewertung sich verändert. Und trotzdem frage ich mich, also das ist jetzt nur so ein, das ist jetzt dynamisch, ja. Das ist jetzt keine Aussage, auf die man mich für immer festnageln kann. Aber ich denke mir manchmal, ja, es ist, wenn du so die Perspektive veränderst, dann verändert sich einfach manchmal alles. Natürlich. Du, klar. Also ich meine, man entwickelt sich auch weiter im Leben. Ich meine, ich war früher, ich war früher Punk. Ja, ich war, ich hatte einen Antifa-Pulli an. Ich war... Dann würdest du jetzt sagen, dass du falsch bist, so wie du jetzt bist. Damals. Naja, ich war nicht falsch, ich war halt, ich hatte halt einen anderen Blick auf die Welt. Ich habe damals Demonstrationen organisiert gegen die Republikaner in Stuttgart, und war da völlig überzeugt, dass jetzt das Viertel Reich vor der Türe steht. Deswegen kannst du dich vielleicht ja auch ganz gut in die ganzen Menschen hineinversetzen, die die Demo gegen rechts machen, oder? Also ich verstehe denen ihre Ängste, aber wichtig ist die Kommunikation, ich werde es nicht vergessen, ich habe damals bei einem, war sogar Landtagsabgeordneter Republikaner, der kam dann raus, weil wir vor seinem Haus demonstriert, hatten, was ja schon im Nachhinein übergriffig war, ja, das macht man eigentlich nicht, aber ich war damals 15, ja, und war halt irgendwie fehlgeleitet, nicht fehlgeleitet, aber ich war halt einfach davon überzeugt. Und er kam dann raus und hat mit uns geredet. Und danach war die ganze Spannung weg. Ich habe gemerkt, das ist ein Mensch wie du und ich, der hatte Sorge um seine Familie, weil da auf einmal 15 Leute standen, die demonstriert haben, vor seinem Privathaus, war natürlich auch echauffiert, völlig zu Recht im Nachhinein, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und er hat aber dann mit uns gesprochen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist ein Mensch, der ist menschlich, der hat Kinder, der ist davon überzeugt. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, da habe ich auch nie wieder was nachgemacht, wo ich erlebt habe, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen miteinander reden, wir müssen diskutieren. Und das höre ich ja immer und immer wieder, dass dann wieder der FAZ-Redakteur sagt, hey, sie sind ja eigentlich ganz umgänglich und ihre Aussagen sind ja ganz valide und sie begründen das ja auch alles mit Daten und Fakten. Okay, ich gucke es uns doch mal an. Weil dann liest du irgendwas im Netz oder hörst irgendwas hören sagen und dann guckst du auf Wikipedia, wo du irgendwie geframed wirst und so. Deswegen ist es wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir in der pluralistischen Demokratie aufeinander zugehen und sprechen. Ich finde dieses Ausgrenzen oder nicht mit anderen reden, schlimm. Das ist der Tod der Demokratie. Weil wir müssen doch mit den anderen Meinungen auch leben. Ich rede auch mit Menschen, die eine komplett konträre Meinung zu meiner haben. Das ist wichtig. Es bereichert mich auch, weil vielleicht erlebe ich ja oder erlerne einen Aspekt, den ich noch gar nicht berücksichtigt habe. Auch da möchte ich ständig lernen. Also ich möchte auch gechallenged werden durch konstruktive Kritik, weil immer nur in seiner Bubble zu leben, bringt keinen weiter. Deswegen liebe ich es auch, wenn dann kritische Fragen kommen. Du sagtest dann auch, authentisch sein, also dass das die Leute auch merken und dass du auch diese Resonanz bekommst, dass die Leute sagen, wow, so wie du in deinen Videos bist, bist du auch in echt und so weiter. Und ich würde sagen, dass das bei mir auch weitestgehend stimmt. Aber ich glaube schon, dass ich auch in gewisser Weise ein öffentliches Ich habe und ein privates Ich irgendwie. Also dass ich, ich will nicht sagen, also ich zensiere mich nicht, aber ich sage, mit meinen Freunden rede ich schon anders, als ich jetzt hier vor der Kamera bin, weil ich auch so ein Bewusstsein dafür habe, dass ich jetzt in die Öffentlichkeit, also mit mehreren Leuten spreche und da muss ich auch, da habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Absolut. Und ich will das auch nicht übertreiben, also ich will das nicht überhöhen, aber Sachen, die ich so in einem Kreis von fünf Personen raushauen kann, die auch manchmal ein bisschen bescheuert klingen können, wo ich Ideen teste, wo man ja auch ein bisschen übt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, für mich sowieso Freunde zu haben, mit denen man offen und frei reden kann, weil ich übe da auch. Ich teste Ideen, ich teste Dinge zu sagen und schaue mal, was passiert. Und deswegen würde ich, also das würde ich jetzt hier mit dir privat vielleicht machen, aber nicht vor den Kameras. Also bei mir gibt es schon ein kleines Delta. Ja, natürlich, bei mir auch. Also ich finde, weil alles Private, also Family und so weiter, halte ich auf jeden Fall raus. Würde ich auch nicht machen. Es gibt ja viele Leute, die dann wirklich Homestories machen oder die Kinder mit reinziehen oder die Frau oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist privat tatsächlich. Und ich habe auch einen kranken Humor. Also ich habe einen sehr makaberen Humor teilweise. Den lebe ich auch nicht immer aus. Also wenn ich mit meinen Freunden irgendwie auf Reisen bin oder wenn wir uns treffen, dann lachen wir über kranke Sachen. Die sind teilweise sexistisch, wahrscheinlich auch rassistisch, whatever. Aber bin ich deswegen ein schlechterer Mensch? Ja, also ich habe Freunde, mein bester Freund ist Türke und der andere ist Kasache. Und was ist alles dabei? Und die machen auch Witze über sich selber. Ich finde halt, Humor ist, wie gesagt, fast grenzenlos. Aber würde ich jetzt die tiefsten Geheimnisse irgendwie ausplanen? Vielleicht. Ich habe halt nur gemerkt, ich muss kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, weil ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich ganz unschinniert. Und das ist auch eine Art befreiend. Also es ist wirklich befreiend, wenn man weiß, man kann einfach die Sachen ansprechen, weil ich möchte nicht irgendwie taktieren wie ein Politiker und überlegen, was darf ich jetzt noch sagen und so weiter. Alles, was auf dem Boden des Grundgesetzes ist, darf man sagen. Und auch eine Kritik an der unfähigen Regierung, egal ob das eine CDU-Regierung ist oder Grüne oder SPD oder AfD, whatever. Wenn jemand Scheiße baut, muss man es benennen dürfen in der Demokratie. Und da lege ich immer den Finger in die Wunde, egal welche Couleur die Partei ist. Ja, ist die Frage, ob dein Ruf überhaupt ruiniert ist, so würde ich das ja gar nicht sehen. Vielleicht manchmal ein bisschen belastet. Und jetzt, wenn du da auch noch sagst, dass du rassistische und sexistische Witze machst, jetzt ist es vorbei. Das muss man wahrscheinlich rausschneiden. Oh, Gottes Willen. Nein, aber ja, ich bin, wie gesagt, hey, ich sage ja, ich glaube an die Menschengemeinschaft. Ich sage, ich habe noch nie Menschen verurteilt nach Hautfarbe, Religion, Sexualität. Ich habe homosexuelle Freunde. Ich habe in jegliche Richtung. Ist es nicht komisch, dass man das dann auch immer dazu sagen muss? Ja, ich finde es auch total gay. Ja. Ja, ich finde es echt gay. Aber in dieser Zeit sind wir halt momentan, dass man sich immer rechtfertigen muss mit dem Aber. Ich habe ja, nochmal. Aber eigentlich muss man es ja nicht. Nein, du machst es ja selber. Ich mache es selber wahrscheinlich, weil ich genau wieder weiß, wenn sich einige Idioten draufstürzen und sagen, guck mal, da hat er gesagt. Aber ist es vielleicht auch egal? Natürlich ist es egal. Deswegen sage ich es ja auch. Aber wichtig ist einfach, ich bewerte die Menschen nicht nach ihren Statussymbolen, sondern nach ihren inneren Werten, nach ihrem Charakter, nach ihrem Herzen. Es gibt coole Deutsche und Scheißdeutsche. Punkt aus. Arschlöcher gibt es überall. Unabhängig von Religion, Sexualität und Hautfarbe. Und deswegen, don't judge a book by its cover. Also versuch nicht, ein Buch, genau, das ist ja ein Werbehinweis, versuch nicht, ein Buch irgendwie nach dem Cover zu beurteilen, sondern nach dem Inhalt. Und der Inhalt ist wichtig. Und darauf, also ich habe tolle Menschen kennengelernt weltweit und deswegen sage ich immer am Ende meiner Videos ja, dass die Welt da draußen besser ist, als wir immer glauben, weil es gibt unglaublich geniale Begegnungen. Gerade eben in der Bahn hierher habe ich auch einen Musiker getroffen, der hat ein Lied gesungen, ich habe ihm dann Geld gekriegt und dann guckte er mich so an, Marc, Marc Friedrich? Und ich falle, ja, dafür darf ich dich einfach kurz umarmen. Und ich falle, äh, nee. Nee, ich habe mich umarmen, im Endeffekt, ja. Aber das war halt so eine schöne Begegnung, ja. Einfach, hey, danke, was du tust, dein Content und so weiter. Und da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich, also da werde ich, also das ist der größte Lohn, den man eigentlich haben kann. Da freue ich mich einfach ungemein, weil da ist so eine Verbindung da, ja, die ist magisch, die ist echt magisch. Also hast du gerade Tür und Tor geöffnet für Menschen, die dich umarmen wollen? Bitte, free hugs, please. Ach so, bist du dazu ein, du kannst das, ne? Ja, ja, absolut. Du kannst so Nähe zulassen. Ich liebe Liebe und ich kann Liebe auch geben, da ich mich auch selbst liebe. Aha, okay. Wichtig. Ja, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen persönlich geworden, weil das finde ich ja auch, nein, das finde ich ja auch so interessant, irgendwie, was so hinter diesen Leuten steckt, ne, weil ich meine, ich, wir haben vorher kurz ein bisschen gesprochen und du hast schon so einen krassen Antrieb, so, da steckt, also da ist schon was dahinter, du hast erzählt, was du jetzt alles gemacht hast, wie viel du unterwegs warst, dieses Buch, dann machst du den YouTube-Kanal. Also ich habe vom Hören schon Stress gekriegt. Sorry. Ja, nur um mal zu verdeutlichen, dass das echt viel ist und ich habe mich halt gefragt, was dich da so antreibt, ja. Das frage ich mich ganz, ganz oft und natürlich auch meine Frau. Es ist die Leidenschaft, es ist wirklich der Drang, die Welt zu verbessern. Also ich erzähle das jetzt selten, aber seitdem ich ein kleines Kind bin, wusste ich irgendwie, dass die Welt so wie sie ist nicht richtig tickt, dass es nicht wirklich eine menschliche Gesellschaft ist, in der wir leben. Und ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren habe ich abends immer gebetet, weil meine Mutter hat mir immer früher gebetet, dass ich die Welt zu einem besseren Platz machen möchte, weil ich intuitiv irgendwie als kleines Kind schon wusste, das ist nicht lebenswert. Den ganzen Tag arbeiten, ich habe es bei meinem Vater gesehen, morgens weg, abends haben, keine Zeit für die Kinder und so weiter, immer im Stress, immer Sorgen und so weiter, auch als Selbstständiger. Und dachte ich irgendwie, das kann es doch nicht sein. Und da hatte ich seit jüngsten Jahren hatte ich immer wieder diesen Antrieb zu sagen, okay, ich möchte die Welt zu einem besseren Platz machen. Ich möchte meinen Anteil dazu haben. Und ich glaube, das ist die Intention, das ist der Antrieb, die Leidenschaft, das Feuer in mir, das auch wirklich brennt. Und ich habe keine andere Intention, da bin ich wirklich ehrlich zu mir und keiner kennt sich ja besser als ich mich selber. Mir geht es jetzt nicht irgendwie noch mehr, natürlich freue ich mich, wenn die Bücher verkauft werden, natürlich freue ich mich, wenn es zum Diskurs kommt oder wenn das Buch in der Bestsellerliste ist. Aber ich versuche, die Menschen zu erreichen. Ich glaube einfach, dass Deutschland und Europa ein toller Kontinent ist und dass die Menschheit eine unglaublich gute, schöne Zukunft haben kann, ohne Krieg, ohne Stress, ohne schlechte Politik. Und darauf möchte ich hinarbeiten, weil ich bin jetzt nicht nur mir schollig, sondern auch meinen Kindern und Kindeskinder. Ich möchte, dass wir eine gute, goldene oder orangene Zukunft haben. Und ich glaube, das merken die Menschen, dass es mir jetzt nicht darum geht, irgendwie Geld zu verdienen oder noch mehr Geld zu verdienen und so weiter, sondern dass es eine Herzensangelegenheit ist. Wobei man jetzt sagen kann, du hast ja schon gut Geld verdient. Und jetzt bist du natürlich in so einer privilegierten Position. War ich aber auch schon davor. Ja, ja, selbstverständlich. Natürlich davor. Und du hast dieses Momentum quasi genutzt und kannst jetzt das machen, also was dich bewegt, und kannst da deine Energie reinstecken. Und das ist natürlich wunderbar. Aber auch, wie gesagt, die Position ist auch privilegiert. Absolut. Da bin ich auch sehr dankbar und demütig, muss ich wirklich sagen. Also das nehme ich nicht als selbstverständlich hin, weil es ist, glaube ich, das größte Geschenk, wenn man finanziell unabhängig ist, wenn man auch vom Geist her frei ist und wenn man das machen kann, was einen wirklich antreibt, wirklich mit Leidenschaft und Wehrfall, dann ist man die beste Version seiner selbst eigentlich. Also ich schätze mal, dass du auch sehr dankbar bist dafür, dass du die Sache machen kannst, die du machst. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit so Leuten reden kann wie dir und komme dann auch klar mit der Kritik. Wobei bei mir ist die ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also ich habe da so die Klatsche gekriegt von damals mit RT. Das klebt an mir quasi. Aber sonst aktuell, ich habe eigentlich keine Probleme. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu klein. Noch, warte ab. Ja, es gibt so eine Schwelle, wo man dann wieder so an Relevanz gewinnt und wo dann so der Gegenwind wieder stärker wird. Ich habe so die Idee, das fängt bei 300.000 Abonnenten sowas vielleicht an. Keine Ahnung, sowas. Du erlebst das ja eher. Kannst du da was erzählen? Also was da jetzt konkret, wo du konkret merkst, oh, hier werden mir Türen zugemacht oder hier sind gewisse Grenzen. Hier will man mit mir einfach nicht mehr sprechen aus unterschiedlichen Gründen. Ja, du, es fängt an natürlich bei Einladungen zu Unternehmen. Früher war ich, weiß ich, beim Daimler und Bosch und so weiter. Das wird jetzt halt dann weniger und dann kommt oftmals halt die Sache, ja, also Kontaktschulden. Ah ja, sie haben sich kritisch geäußert zu Ukraine oder zu Waffenlieferungen oder zu Krieg. Sag ich, ich bin halt für Frieden. Sorry. Oder Corona oder der Euro. Irgendwas halt. Irgendwas passt nicht. Bei Wikipedia steht irgendwie das und das drin und so weiter. Und also oftmals kann ich das wieder gerade biegen, aber manchmal kriegt man halt auch einfach eine Absage. Und genauso halt jetzt beim Buch. Ich meine, es ist jetzt ein sehr erfolgreiches Wirtschaftsbuch, wahrscheinlich auch auf Platz 1 beim Manager Magazin. Die gucken mich nicht mit dem Arsch an auf gut Deutsch, weil für die bin ich halt einfach verbrannt, weil ich halt Sachen gesagt habe, die halt nicht ins Narrativ dieser Blase passten. Und das finde ich halt schade. Oder auch FAZ, Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Handelsblatt habe ich früher sogar Gastartikel geschrieben. Passiert nicht mehr, weil ich dann vielleicht zu laut bin und zu krawallig und so weiter. Aber du musst die Leute auch irgendwie aufwecken. Und ich bin ja für alle, Sachen zu haben. Man kann ja mit mir auch diskutieren oder auch mal kritische Fragen stellen. Da bin ich ja mir nicht irgendwie zu schade dafür. Und mir geht es auch nicht um mein Ego, sondern mir geht es einfach tatsächlich um die Sache. Und da merke ich halt schon, dass dann halt die eine oder andere Türe dann verschlossen ist. Also Lanz zum Beispiel, hatte ich jetzt mit der Redaktion Gespräch. Da gibt es halt einen Redakteur, der mag mich halt wohl persönlich nicht. Deswegen komme ich da halt nicht rein. Gut, es ist halt so. Ist halt so. Aber das kann ich jetzt machen. Und ich denke, die Zeit wird schon kommen. Und vor allem, das Schöne ist ja, dass ja die alternativen Medien immer wichtiger und größer werden. Also die Menschen merken ja, dass man oft durch die Mainstream-Medien, möchte ich jetzt mal sagen, ja angelogen wird, dass es da eher, ich meine, Klaus Kleber hat ja selbst gesagt vom Heute-Journal, dass man vielleicht zu unkritisch war in der Corona-Zeit. Dass man die Sachen eins zu eins, wie eigentlich wie aus dem Bundeskanzleramt übernommen hat, ohne in Frage zu stellen. Und das finde ich schon mal wichtig und gut. Das rechne ich ihm hoch an, dass er das wenigstens zugegeben hat. Aber er ist ja auch raus aus dem System. Er ist raus. Das ist immer so. Immer danach kann man darüber reden. Natürlich ist man eine Abhängigkeit. Aber ich glaube, die Menschen da draußen merken das ja. Ich meine, zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sagen 60 Prozent der Bürger, sie können nicht das sagen, was sie wirklich denken. Und das ist ein alarmierendes Zeichen für eine funktionierende Demokratie. Parallel sehen wir halt, dass dann halt andere Parteien entstehen oder stärker werden, die halt unliebsam werden. Und dass natürlich dann andere diskreditiert werden. Aber Fakt ist tatsächlich, dass die Menschen tatsächlich aufwachen und dann halt auch alternative Medien konsumieren. Und ich habe teilweise mehr Zuschauern, genauso wie teilweise Sendungen in ARD und ZDF gesamt an Zuschauer haben oder Auflagen von Welt und Co. Und dieser Trend wird anhalten. Also die Leute werden sich dem zuwenden, wo sie sagen, da werde ich richtig gut objektiv informiert. Und den Anspruch stelle ich an mich selber natürlich auch. Natürlich bin ich auch nicht immer perfekt, genauso bin ich wie andere. Aber ich gebe mir Mühe dabei. Punkt aus. Und ich lasse auch alle Arten von Meinungen auf meinem Kanal zu. Ich meine, ich habe Ricardo Lang drin gehabt auf dem Kanal. Volker Wissing. Also alles eigentlich. du hast doch Ricardo Lang interviewt auf deinem Kanal? Ja, ja, klar. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann wird es Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen. Das würde ich jetzt... Ja, ja. Ja, Ricardo Lang war... Also ich bin da auch Volker Wissing von der FDP. Aber wann hast du Ricardo Lang interviewt? Vor einem Jahr oder zwei. Ja, aber dann finde ich ja das Argument, dass man nicht mehr miteinander redet, eigentlich hinfällig. Weil wenn Ricardo Lang zu dir auf deinen Kanal kommt, dann finde ich, ist das ja schon mal... Der Boden ist da, dass man miteinander redet. Ja, ja, klar. Aber die Frage ist, würde sie nochmal zu mir kommen? Weil ich habe jetzt mehrere Anfragen gestellt und jetzt sie ist mir entfolgt auf X. Und sie hat jetzt alle Anfragen immer abgelehnt, obwohl wir eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und ich fand auch, wie gesagt, ich finde dieses ganze Bodyshaming zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin. Weil mir geht es immer um den Inhalt. Und ich war ihr sehr gegenüber, sehr respektvoll. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Also ich war auch wirklich positiv überrascht. Weil ich habe gemerkt, sie ist auch getrieben. Ja, sie ist auch mit Leidenschaft dabei. Und natürlich, vielleicht fehlt ihr das eine oder andere Wissen in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen. Aber die ist Überzeugungstäter. Aber vielleicht auch auf der falschen Bahn. Das mag ja jetzt sein. Aber nichtsdestotrotz hat sie damals gesagt, ja klar, wir reden miteinander. Und das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Und da gab es natürlich auch viel Hate, weil wie kannst du dir eine Plattform geben, bla, bla, bla. Nee, davon geht die Demokratie. Aber warst du denn, weil das ist mir aufgefallen. Ich meine, okay, ich habe das jetzt nicht gesehen, was natürlich ärgerlich ist, weil das wäre jetzt gut gewesen. Werde ich auf jeden Fall im Nachhinein nochmal nachholen. Ich habe zum Beispiel das Interview zwischen dir und Dieter Nuhr gesehen. Und ihr seid ja alte Freunde. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich fand dich extrem zurückhaltend. Also sehr, also nicht kritisch. Im Gegenüber, ja, ja. Und das ist jetzt auch, Dieter Nuhr ist jetzt nicht das beste Beispiel dafür, weil er ist jetzt nicht in der Verantwortungsposition gut. Er ist eine sehr bekannte Persönlichkeit und hat eine Meinungsführungsposition irgendwie. Von dem her, okay, könnte man sagen, er trägt irgendwie eine gewisse Verantwortung, aber halt nicht wie Ricarda Lange oder so. Das ist schon was anderes. Aber da fand ich schon teilweise sehr, also fand ich dich sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Ist das deine Strategie? Nö, du, es waren einfach ein, zwei Punkte, die ich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, hm, das fand ich nicht so cool von dir und so. Und es war auch okay. Aber im Endeffekt wollte ich ihn ja reden lassen. Ich wollte, und er hat ja, teilweise war er ja so im Redefluss, dass er teilweise ja selber eigentlich mehr gesagt hat, wie ich mir erhofft habe. Also er hat sich auch teilweise selbst demaskiert in manchen Punkten. Und es wurde ja vom Publikum auch so honoriert und anerkannt. Und ich habe mit ihm auch noch, ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zu Dieter Nuhr und ich mag ihn wirklich sehr. Und ich bin auch tolerant. Weißt du, wenn er sagt, er will sich zum fünften Mal impfen lassen, ist es für mich völlig okay. Ich finde Impfpflicht, also das finde ich verheerend, aber eine Impfentscheidung darf jeder selbst privat entscheiden. Und deswegen verurteile ich ihn nicht. Deswegen ist er kein schlechterer Mensch. Ich habe für mich einen anderen Anspruch, natürlich, klar. Und ich finde, das ist ja gelebter Diskurs, dass man da auch die andere Meinung akzeptiert. Ich wollte ihn einfach reden lassen. Und er hat ja viele Sachen auch gut gesagt. Und er ist ja auch ein kritischer Zeitgeist. Er macht ja viele Sachen, die ja gegen das Narrativ sind. Da bekommt er auch viel Stress natürlich. Aber ich fand es auch wichtig zu hören, dass er nie irgendwie zensiert wurde vom MDR. Dass er sagen kann, was er will. Weil viele ja in ihrer Bubble denken, oh, das ist alles irgendwie organisiert, planwirtschaftlich. Nein, ist es nicht so. Meistens liegt die Wahrheit doch in der Mitte. Und deswegen bin ich ihm dankbar, dass er da offen und ehrlich sich die Zeit genommen hat, dass wir ausführlich zwei Stunden gesprochen haben. Und ich empfehle auch jedem, das Video anzuschauen. Hat jetzt, glaube ich, auch schon über 500.000 Klicks. Also mich hat es getriggert zum Teil. Und ich fand ihn auch, und das ist ja eigentlich nochmal gut, um da auch den Übergang zu finden. Ich fand ihn auch hart reaktionär an der einen Stelle, wo er dann auch, wie andere in Deutschland übrigens davon gesprochen hat, dass man deutschen Staatsbürgern, die auf die Pro-Palästina-Demos gehen, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben oder sowas, den Pass entziehen soll. Und das finde ich so interessant und so heuchlerisch, wie jetzt im Hinblick auf das sogenannte Geheimtreffen der AfD, wo übrigens mehr CDUler oder Werteunionen dabei waren. Dass da jetzt so ein Drama draus gemacht wird, obwohl dieser Vorschlag, wenn ich mich recht erinnere, von mehreren Leuten kam, als diese Pro-Palästina-Demos stattgefunden haben. Da hat man auch gesagt, denen müsste man den deutschen Pass entziehen. Das war jetzt keine, in dem Sinne eine Forderung, die man direkt in Gesetze gegossen hat. Nein, aber es wurde laut gesagt. Ja. Also ist nur mir das aufgefallen? Nee. Also wir sehen ja, wenn zum Beispiel über Abschiebung gesprochen wird, als jetzt bei Flüchtlingen. Wenn es natürlich jetzt aus der rechten Ecke kommt, ist es schlimm. Aber wenn die SPD, die ja zuletzt auch gesagt hat, wir müssen mehr abschieben und so weiter, selbst der Kanzler hat es ja gesagt, dann ist es auf einmal okay. Weil wir merken ja, dass die Migrationskrise von 2014, 2015 uns natürlich belastet. Und wenn man das rein ökonomisch sieht, ich habe damals auch einen Bericht geschrieben, im Fokus, da wurde ich natürlich auch zerrissen, weil ich habe das halt nur aus ökonomischer Sicht gesehen. Also ich habe nur geschrieben, das wird die Sozialsysteme belasten und so weiter. Und die Versprechungen waren ja, da kommen ja nur Fachkräfte und die werden zu 100 Prozent arbeiten, et cetera, pp. In der Zwischenzeit wissen wir, es stimmt nicht. Auch da, Sachazin, der wurde ja vom Hof gejagt, der wurde ja übelst diskreditiert. Und ich habe mit ihm vor kurzem auch ein Interview gemacht. Man muss leider sagen, also nicht leider, man muss sagen, er hat mit allem Recht gehalten. Aber er wurde ja auch dafür kritisiert, dass er bestimmte, ich sage mal, rassistische Passagen, und ich gebe zu, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber es ging um ganz bestimmte Aussagen, nicht in allen Diskussionen, die meisten haben ihn dann einfach abgestempelt, das ist richtig. Aber es ging um ganz bestimmte Aussagen, dass er irgendwie meinte, dass aufgrund einer bestimmten Herkunft Menschen weniger intelligent sind oder sowas, oder dadurch nicht den Abschluss, Abitur oder so. Es gab was ganz Bestimmtes, auf das manche Leute seine, sagen wir mal, Ressentimenthaltung zurückgeführt haben. Also er ist Sozialdemokrat, und er ist bei Weitem kein Rassist, muss man ganz klar sagen. Und das hat er auch immer wieder von sich gewesen. Und er hat im Buch natürlich Sachen geschrieben, aber eher darum, dass in manchen Ländern, in manchen Regionen ein schlechtes Bildungssystem ist, und dementsprechend, und das ist ganz normal. Und es ist auch so. Also das sehen wir ja, ich meine, wenn du halt einfach in einem dritten Weltland groß wirst, ist halt die schulische Ausbildung nicht gerade das beste Niveau. Dann reden wir nicht über Harvard. Und das geht halt über Jahre. Genau, und es wird ihm aber so ausgelegt, er ist ein absoluter Rassist und so weiter. Und deswegen, ich meine, der war SPD-Mitglied, ja, und ich meine, in vielen Punkten hat er einfach Recht behalten, und vielleicht hat er dann das eine oder andere vielleicht falsch ausgedrückt, aber, also ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt eine Rassenlehre irgendwie propagieren wollte. Das entspricht nicht seinem Naturell. Ich glaube sogar, dass ein größerer Fehler von ihm war, als er die ganzen Wohnungen in Berlin verkauft hat als Finanzminister. Das war auf jeden Fall ein Riesenfehler. Wenn man ehrlich ist, ist das, dummer Schachzug. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da müsste man viel mehr drauf den Fokus halten, weil das ist ja für Berlin eine absolute Katastrophe. Absolut. Also wirklich, eine schlimmere Entscheidung gibt es nicht, aber auch da würde ich sagen, vielleicht aus der Perspektive damals, gab es bestimmt einen Grund, warum das gemacht wurde. Zurück zum Thema richtig und falsch. Er wollte halt die Stadtbilanz sanieren. Den Haushalt, ja. Genau, hat den Haushalt sanieren wollen. Und das schreibt er sich auf, die fahren, aber die Kollateralschins sind natürlich immens. Und jetzt müssen die Wohnungen teuer zurückgekauft werden. Das war auf jeden Fall ein Fehler seiner Regierungszeit. Ja, ja, gut. Es ist vorbei. Der Fehler wurde begangen. Die Leute haben trotzdem... Und wir haben den Schaden. Natürlich. Das ist ja auch das Problem, dieses Handeln auch, sagen wir mal, von Abgeordneten oder ob jetzt im Abgeordnetenhaus in Berlin oder im Parlament. Es ist immer so schwierig. Die handeln immer, aber die Kollateralschädeln durch neue Gesetze, durch neue... Tragen wir. Die tragen wir und die sind auch nicht immer absehbar. Und deswegen ist aus meiner Sicht, ich verstehe immer nicht, warum so viel gemacht wird, einfach mal aufhören, Sachen zu machen, sich erst mal darum zu kümmern, was überhaupt gerade alles ist und zu reduzieren. Wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller, als wenn, ich glaube, die Grünen haben vor ein paar Monaten, vielleicht war es auch vor ein Jahr, irgendwie gemeint, oh, wir haben so und so viele Dutzende neue Gesetze auf den Weg gebracht. Und ich so, das ist überhaupt keine Errungenschaft. Das wäre nichts, auf was ich jetzt... Das ist kein Maßstab. Das ist kein Maßstab. Frage mal stellen, also dass Politiker auch tatsächlich haften müssen. Also siehe Maskendeals, siehe vielleicht Lockdowns, siehe Andrea Scheuer und so weiter. Es kann nicht sein, dass sie weiterhin ihre Pension bekommen. Da müsste man eigentlich dagegen vorgehen und auch die Corona-Zeit muss natürlich aufgearbeitet werden. Aber gut, sei es mal drum, wir sehen auf jeden Fall große Verwerfungen, große Entwicklungen und neue Parteien und dementsprechend vielleicht wird sich ja was ändern. Mal gucken. Du sagst ja sowieso auch in deinem Buch, dass es alles am Geld liegt. Ja, sowieso. Geld kriege die Welt. Da gibt es ein schönes Zitat, das ich noch erwähnen muss, kurz von Horst Seehofer, der ja mal gesagt hat, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Und genau so ist es, weil Geld kriege die Welt. Überleg dir mal, was das für eine Energie ist. Wir haben ein weltweit das gleiche Geldsystem. In den USA, der Wahlkampf kostet eine Milliarde Dollar für Biden und für Trump. Wo kriegt er das Geld her? Also natürlich, diejenigen, die denen das Geld geben, die erwarten auch eine Gegenleistung. Und wir sehen doch, dass die Konzerne, dass die Konzentration von Geld in immer wenigeren Händen vorhanden ist. Also Musk und Bezos und Gates und so weiter und die Stiftungen und so weiter. Ich meine, warum kriegt Spiegel 7 Millionen oder 6 Millionen von der Bill & Melinda Gates Stiftung? Die erwarten ja nicht für eine Gegenleistung. Da gibt es eine eigene Rubrik, dann geht es um Klima und Diversität und so weiter. Also man hat natürlich politische Absichten, wenn Geld gespendet wird, an Parteien, an Politikern oder auch an Magazine oder an die Presse. Aber man kann auch Bitcoin spenden. Ja. Also von dem her, Bitcoin würde dieses Problem nicht lösen, Interessenpolitik. Kommt drauf an, also es wird ja auch Bitcoin anonym gespendet. Also es gibt ja viele... Genau, aber... Ach so, du meinst, dass es dann nicht zurückzuführen ist. Genau, ein Freund von mir hat einen Bitcoin-Film gedreht und der hat dann auch von Leuten, die er nicht kennt, einfach ein Bitcoin geschenkt bekommen oder gespendet bekommen. Also wie genial ist das bitte? Und der weiß ja nicht, wer der Absender ist. Also kann er auch keinen Gefallen tun, sozusagen. Genau. Die Frage ist ja mit dem Bitcoin, also wer soll es umsetzen? Die Politiker ganz gewiss nicht, ja. Also dieses, das Geldmonopol, ich meine, es ist ein Grund, warum das besteht, ja. Es gibt ja auch genug Profiteure davon und auch, weil man es einfach kennt. Und ich meine, ich habe mal nachgeguckt, El Salvador hat doch diesen Bitcoin auch eingeführt, hast du auch in deinem Buch erwähnt. Und da habe ich mal geschaut und da wurde die Nutzung von Bitcoin hat sich halbiert von 24 auf 12 Prozent, ja. Das heißt auch, die Leute nutzen es nicht tatsächlich. Also es weiß jetzt nicht, also die Zahl kenne ich jetzt gar nicht, um gar nichts dazu sagen. Ich weiß nur. Das habe ich bei BTC Echo gelesen, aber jetzt, auf was ich das genau beziehe. Ja, BTC Echo. Nee, aber Fakt ist, wenn du in El Salvador bist, siehst du schon, dass der Bitcoin-Einfluss massiv ist, haben sich komplett neue Strukturen entwickelt. Wir sehen eine neue Branche, da haben sich viele Bitcoiner sind weltweit nach El Salvador ausgewandert, haben dort Häuser gebaut. Das schickt so eine Subkultur auch ein bisschen. Und wir sehen aber auch, dass die Kriminalität zurückgeht, dass das Land, also der Staat investiert ja auch in Bitcoin regelmäßig und ist natürlich jetzt im Profit. Also hat er natürlich Geld verdient, weil der Bitcoin-Preis gestiegen ist. Also die Auswirkungen sind schon machbar. Und ich versuche ja auch zu zeigen, was würde eine Welt bedeuten, wenn Bitcoin als Weltwährung implementiert werden würde. Und ich glaube, ein jetziges Geldsystem führt ja dazu, dass wir eine Fehlallokation sehen. Also nur mit einem Fiat-Geldsystem, also das Geld aus dem Nichts gedruckt wird, dass die Notenbank einfach die Presse anschmeißt. Nur in einem Fiat-Geldsystem können solche Kriege finanziert werden, wie wir sie momentan sehen. Nur in einem Fiat-Geldsystem siehst du diese Konzentration oder die perverse Konzentration von immer mehr Geld bei immer wenigeren Entitäten oder Personen. Bei einem Fiat-Geldsystem siehst du auch die Fehlallokation dahingehend, dass wir eine absolute Überflussgesellschaft haben. Ich meine, wir können billigst aus China Plastikschrott irgendwie kaufen, den es dann bei Chippo, Aldi und Kuh gibt, den wir eigentlich nur zweimal benutzen und dann wegschmeißen. Oder wenn du im Supermarkt bist, ich meine ganz ehrlich, wie viele Joghurt-Sorten kann man noch haben? Und teilweise weiß ich nicht, muss ich mich damit eincremen oder kann ich es tatsächlich essen? Aber was willst du dann lieber? Möchtest du dann lieber so zwei Produkte, die aus einer Zentrale kommen? Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Geschenk, dass man nicht, ich weiß, ich verstehe schon das Argument. Wenn ich in Amerika bin, im Supermarkt, ist das ja nochmal viel krasser als bei uns. Aber ich denke mir auf der anderen Seite, ich will auch nicht, ich erinnere mich, in Brasilien ist das ganz krass, so Nagellack. Okay, da ist es mir aufgefallen. Und denke mir so, boah, hier gibt es einfach nichts. Kann sein, dass es jetzt anders ist. Aber es gibt einfach nichts. Und ich denke mir, es ist viel schöner, zu DM zu gehen und ich habe da diese Möglichkeit und ich kann mir Nagellack für 1,45 Euro bis zu 7,95 Euro oder noch mehr aussuchen und das finde ich schön. Ja, klar. Aber, nochmal, oder bin ich gebrainwashed? Kann auch sein. Aber diese Überflussgesellschaft, die wir haben, die ist halt nur dem geschuld, dass wir halt dieses Geld haben, das aus dem Nichts entsteht. Und eigentlich müssten sich die ganzen Klimakleber und Fridays for Future bei der EZB ankleben und demonstrieren und nicht irgendwie auf der Straße hier in Berlin. Weil wir sehen halt diese Umweltverschmutzung, diese CO2-Emitierung, wenn das wirklich ein Problem darstellt, ist natürlich nur möglich in unserem jetzigen Geldsystem. Dass wir halt für ein Appel und ein Ei Produkte um die ganze Welt schaffen, also es gibt berühmte Beispiele, die habe ich auch im Buch teilweise angebracht, dass wir hier irgendwie in der Ostsee wird Fisch gefangen, dann wird nach Portugal geschippert, dann wird, es ist ja absurd, was hier passiert teilweise. Und das ist eigentlich die größte Umweltsau. Und diesbezüglich müssen wir tatsächlich das Geldsystem reparieren, um eine bessere Welt zu schaffen. Weil Geld ist die größte Energie, die wir weltweit überall implementiert haben und ausgerollt haben. Weil ich habe im Buch ja auch geschrieben, es gibt drei Punkte, die die Menschheit eigentlich verbindet. Das ist, dass wir Empathie empfinden können, dass wir weltweit Menschen sind und dass wir überall das gleiche Geldsystem haben. Und zwar egal, in welcher Region wir uns befinden. Und das ist schon enorm. Wenn wir jetzt global ein demokratisches, dezentrales Geldsystem ausrollen würden, das ja halt nicht in der Abhängigkeit ist von Politik oder Notbanken, dann hätten wir zum ersten Mal diese Trennung von Staat und Geld. Und wir zeigen im Buch ja auf, dass in der Geschichte der Menschheit immer wieder das Geldsystem scheitert, zum Leidtragenden der Bürger, der Menschen, weil die im Großteil verlieren. Und dass wir global endlich mal eine Lösung tatsächlich hätten. Mit Bitcoin sozusagen. Du hast auch gesagt, dass Krieg entsteht im Fiat-Geldsystem. Aber wir hatten ja auch Kriege, also es ist der Goldstandard. Also es ist ja jetzt nicht das einzige. Aber du kannst es nicht so lange durchfinanzieren. Okay, weil du eben nicht auf dieses schuldenbasierte System zurückgreifen kannst. Genau, weil ein gedecktes Geldsystem ist halt irgendwann Ende Gelände. Und du kannst nicht Steuerzahlergeld unendlich Genau. Also man kann, aber dann muss man, also muss man für sehr viel, sagen wir mal, werben dafür. Was ja auch gemacht wird. Ja, natürlich. Wird ja auch bei uns gemacht. Auch in diesem Geldsystem, das wir aktuell haben, wo alles mit Schulden finanziert wird, wird ja auch für den Krieg getrommelt oder für die Kriegsunterstützung. So wie noch nie zuvor. Ja genau. Also von dem her, dann würde ich sagen, dieselben Mechanismen, die finden ja dann auch statt, egal in welchem Geldsystem wir sind oder nicht. Aber in einem Bitcoin-Standard oder auch in einem Goldstandard wird es weniger Kriege geben können, weil die Politik halt nicht unerschöpflich aus dem Quell der Notenpresse oder Notenbankpresse Geld emittieren kann und dann praktisch in die Kriegswirtschaft reinfließen lassen kann. Und ja, also ich glaube tatsächlich, es wäre eine Friedenstechnologie ein Friedensgeld. Was würdest du denn, also ich meine, du schreibst ja auch darüber Digitalisierung, ja über die hier CBDCs, glaube ich, die Central Bank Digital Currencies, also die zentralen Notenbanken, die digitalen Notenbanken. Genau, woran auch gearbeitet wird. Die Sache, also und du sagst dann, Bitcoin wäre dann auch eine Möglichkeit, weil das ist dezentral, es ist digital, aber halt limitiert und so weiter und grenzt sich von dem CBDC ab, weil es eben nicht von einer Zentralbank kommt. Richtig? So verstehe ich das und wird dem halt zufolge auch nicht kontrolliert von der Institution, wie zum Beispiel der EZB. Genau, also im allerersten Mal würde man tatsächlich das schwächste Glied in der Kette rausnehmen, nämlich den Menschen, weil der ist korrumpierbar, der ist parteiisch und so weiter, weil wir Staat und Geld trennen, so wie Martin Luther Kirche und Staat getrennt hat. Das heißt, es gibt ja keine Adresse von Bitcoin, es gibt kein Headquarter, kein Hauptquartier, es gibt keine Zentrale, es gibt keinen CEO oder keinen Zentralbanker. Bitcoin ist wirklich das demokratischste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat und vor allem ist es endlich. Wir wissen genau, dass bei 21 Millionen Bitcoin Ende Gelände ist. Das kann die EZB nicht von sich behaupten, weil die kann stetig neues Geld produzieren. Und deswegen ist Bitcoin tatsächlich ein Geschenk an die Menschheit und demokratisch, weil halt dahinter keine Identität steht, keine Institution steht, kein Staat oder kein Politiker steht, der es manipulieren kann oder zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Okay, und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn wir dann auf einmal kein Internet haben, wenn dann irgendwie, das kann ja mal passieren. Ja, natürlich, absolut. Da bricht alles zusammen, auch diese CBDCs übrigens. Ja, das sowieso. Ja, das sowieso, aber deswegen, ich habe auch die Idee, also auch diese Bargeldabschaffung, darüber schreibst du auch und das ist ja auch so eine große Angst und es wird auch eingeschränkt, 100 Prozent. Nein, aber Bargeld wird niemals 100 Prozent abgeschafft, weil das ist ein Backup-System. Gold genauso. Warum haben alle Lütenbanken in der Welt Gold, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben? Warum haben die Gold? Weil sie wissen, es ist der Land of Last Resort, es ist durch die Natur limitiert und die Menschen haben eigentlich ein archaisches Vertrauen in Gold. Gold hatten wir seit 5000 Jahren und jetzt haben wir halt noch digitales Gold. Aber ich finde, das wird halt selten dazu gesagt, dass es grundsätzlich, natürlich wird Bargeld, Bargeldzahlungen werden eingeschränkt. Wir sehen die ganzen Gesetze. 10.000 Euro Obergrenze. Und das ist ja eigentlich nichts, wenn man sich ein Auto kauft heutzutage zum Beispiel. Ja, geht schnell. Aber ich will damit nur sagen, es wird, dass diese Sachen niemals komplett abgeschafft werden und wenn du jetzt sagst, Bitcoin ist quasi die Lösung, dieses Geldsystem wäre, dieses demokratische Geldsystem wäre eine Lösung. Genau. Da denke ich mir, ja okay, aber das ist auch nicht die Lösung für alles, weil wenn wir kein Internet haben oder wenn es mal ein Power-Out gibt, also Stromausfall und so weiter, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Das kann nicht die einzige Lösung sein. Nee, also ich stelle das ja auch zur Diskussion. Ich sage einfach, das ist die einzige Lösung, die ich momentan sehe. Also wenn andere Lösungen vorhanden sind, gerne mir Bescheid geben. Wenn wir natürlich global einen Internetausfall haben, dann haben wir natürlich ganz andere Probleme. Aber das reicht ja auch lokal. Es würde ja auch reichen, wenn in Berlin ein Internetausfall ist oder dass man was nicht bezahlen kann. Bitcoin verwenden. Wieso? Wie denn? Also du kannst es ja praktisch weiterhin, also solange global irgendwo Strom ist oder Internet ist, würde ja die Bitcoin-Blockchain weiterhin funktionieren. Das heißt ja nicht, dass das alles gelöscht wird, sondern dann geht die nur in den Schlaf und sobald Internet da wäre oder Strom da ist, geht die wieder on. Also dann wird die wieder geupdatet. Aber du kannst währenddessen keine neuen Transaktionen machen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Das ist natürlich technisch sehr, sehr aufwendig und so weiter. Aber ja, also es würde auf jeden Fall es gibt Lösungen. Daran wird auch weiterhin gearbeitet. Über Radio, also über Frequenzen und so weiter. Aber am Ende ist doch Bargeld eigentlich eine super Sache. Ja, Tauschartikel. Deswegen sage ich ja auch nicht alles auf eine Karte legen. Ich würde auf jeden Fall immer Bargeld zu Hause haben in gewissen Mengen oder in kleineren Mengen. Gold, Tauschartikel, Lebensmittel. Also was passiert, wenn die öffentliche Zivilisation zusammenbricht? Schau nach Sri Lanka oder schau nach Argentinien 2001. Da war ich ja live dabei. Da etabliert sich sofort ein Schwarzmarkt, sofort ein Tauschhandel. Der Mensch ist Tauschen eigentlich gewöhnt. Du hast Wasser, ich will dafür Brot und so weiter. Und es war innerhalb von wenigen Stunden war das sofort vorhanden. Uhr gegen Schuhe, Haarschnitt gegen Massage, whatever. Gibt es tausend Sachen. Und es ist ja auch archaisch bedingt in des Menschen Seele, dass er seit 10.000 Jahren eigentlich tauscht. Und dann kam ja irgendwann das Geld als Zwischenspeicher. Weil man gemerkt hat, okay, ich habe ein Schwein, aber du willst einen Fisch, aber ich will deine Eier. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Wert, ein Geld, auf das wir uns einigen können. Und da gab es halt Muscheln, da gab es Steine, da gab es irgendwann Gold und dann halt irgendwann Plastik und Papiergeld. Ja, okay. Also nicht quasi nur Bitcoin, sondern es gab ruhig auch parallel. Auf jeden Fall. Das zeige ich ihm auch auf. Ich sage ja auch, dass man noch in andere Sachen investieren muss, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, sondern es geht immer um Diversität. Aber das jetzt als Investition, ich meinte jetzt tatsächlich als System, auf das wir zurückgreifen, als Zahlungssystem. Ja, also da wird sich die Menschheit ja entscheiden. Ich bin ja genauso wie Hayek, ein großer Verfechter von einem Wettbewerb von Geld oder von Währungen und der Mensch entscheidet sich dann sowieso für das werthaltigste Geld. Also der Markt entscheidet eigentlich, welches Geld wir verwenden wollen. Und irgendwann werden wir vielleicht sagen, dem Euro glauben wir nicht mehr so. Also viele Bitcoiner haben sich schon vom Fiat-Geldsystem, vom Euro verabschiedet und sagen, für mich ist Bitcoin das neue Geld. Und wenn die Mehrheit sagen würde, wir machen hier einen Exit-Scam und gehen raus aus dem jetzigen Geldsystem, dann hätte das System natürlich ein Problem. Genauso, wenn alle sagen würden, wir gehen mal einen Tag nicht konsumieren und wir würden jetzt mal eine Zeit lang keine Steuern zahlen, dann würde das System relativ schnell ins Ende seiner Fähigkeiten kommen. Einen Tag keine Steuern zahlen. Naja, ein Jahr vielleicht oder ein Monat oder so. Ich glaube auch, das müsste ein bisschen länger gehen. Zum Schluss möchte ich noch fragen, wie heißt denn jetzt dann das vierte Buch in der Reihe oder ist die Trilogie beendet? Was ist das nächste Superlativ? Das Größte? Das Letzte? Das Schwerste? Das Beste? Das Beste. Das Beste kommt als nächstes? Genau. Okay, also du bist optimistisch für die Zukunft. Ich meine, du sagst ja auch immer, du sagst zwar, dass die Zyklen sich wiederholen, aber ich meine, die Menschen haben sich auch entwickelt. Also es geht ja auch weiter. Es mag für uns alle sehr langsam vonstatten gehen, aber irgendwie geht es ja schon weiter, auch wenn es manchen nicht so gefällt, in welche Richtung es geht. Ist so. Also wie gesagt, wenn man auch zurückschaut nach Deutschland zum Beispiel, 1945, der Krieg war verloren, Deutschland lag in Schütt und Asche und nichtsdestotrotz war diese wirklich schlimme, katastrophale Krise ja auch das Fundament für unseren jetzigen Wohlstand. Also diese Krise war eine Chance und die Menschen haben sie genützt und ich meine, hey, Berlin war zerstört, zu 99 Prozent zerbombt und trotzdem haben dann die Trümmerfrauen die Ärmel hochgekrempelt und haben das Land aufgebaut. Und ohne diese katastrophale Krise wären wir nicht da, wo wir sind. Da müssen wir auch mal dankbar sein und demütig sein und jetzt sind wir halt wieder auf dem Absteigenden Ast, weil wir sind halt Wohlstandsverwahrlost. Wir sind satt, wir sind saturiert. Geh mal nach Singapur, geh mal nach Vietnam, geh mal in die dritten Weltländer. Die sind gierig, die sind hungrig. Aber Singapur ist kein dritter Weltland. Nicht mehr, aber die sind trotzdem gierig. Also die wollen trotzdem noch Gas geben. Und was da halt geht, ich meine, Singapur ist gigantisch. Da wird gebaut, da wird gemacht, da wird getan. Da ist ein ganz anderer Werf. Ja, aber es ist auch eine, ich sag mal eine, ich will es nicht Diktatur nennen, aber ich sag mal, die haben ein anderes Regime dort. Natürlich, klar. Und die Leute, in Dubai, klar. Aber das funktioniert, weil die Leute entscheiden sich ja auch, dort zu sein und jeder weiß, was dort funktioniert. Also keiner wird gezwungen, dort zu leben. Genau, ganz genau. Also es hat seine Vorteile auch. Aber auch in Indien, du merkst halt, oder auch in China, du merkst einen ganz anderen Vibe. Die Leute wollen einfach jetzt das nächste Level erreichen. Und vor allem auch in den dritten Weltländern. Und da, wenn du halt nach Deutschland kommst, dann merkst du, da geht es gleich so zwei Gänge zurück. Alles sind irgendwie, diskutieren über irgendwelche Nebenprodukte, die überhaupt nicht wichtig sind für die Produktivität, für den Wohlstand oder für die Zukunft des Landes. Und es zeigt ja das Ende eines Zyklus an, wenn praktisch dann die Debatten sind wie hier, ich darf einmal im Jahr mein Geschlecht wechseln oder die und die Heizung dürft ihr verwenden. Da weißt du einfach, okay, hier ist Ende Gelände. Und du sagst, wir sehen entweder eine Revolution oder einen Krieg. Ist das wirklich die Prognose? Das, ja, was soll ich sagen? Also es ist nicht mein Wunsch, aber wenn du halt wieder in den Rückspiegel schaust, der Geschichte, ist das leider das wahrscheinlichste, der wahrscheinlichste Outcome, das wahrscheinlichste Ergebnis der ganzen Geschichte. Weil das sind Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Jasmin, dass das System, in dem wir jetzt uns befinden, tatsächlich aus innen heraus sich reformiert und bereit ist, neue Wege zu beschreiten. Also die Wahrscheinlichkeit besteht, aber sie ist relativ gering. Relativ gering. Also ich würde es mir natürlich anders wünschen, aber wenn ich mir die Protagonisten oder die Politik gerade anschaue, dann befürchte ich, dass es leider nicht passieren wird. Und dann war halt oftmals leider die Lösung, also Schumpeter nennt es ja die kreative Zerstörung, dass erst was kaputt gehen muss, bevor was Neues entsteht. Dass dann halt irgendwann die Bürger auf die Straße gehen, sehen wir ja teilweise schon, Proteste, Bauernproteste in Frankreich, in Deutschland, Gelbe Westen etc. pp. Oder halt Krieg. Und da siehst du ja, dass gerade die Kriegsrhetorik Strack-Zimmermann oder Pistorius sehr, sehr, sehr verbal ist, sehr lautstark ist und sagt, wir müssen uns wehrhaft machen, wir müssen kämpfen. Und das macht mir leider große Sorge. Was wäre dir lieber? Ja, natürlich eine friedliche Revolution 1989 in Leipzig oder halt durch die Friedenstechnologie wie Bitcoin oder halt, ja, dass man halt das System tatsächlich erkennt, wir müssen jetzt was verändern, wir müssen jetzt auch ja tiefschneidende Eingriffe machen in unsere Parteienpolitik, ins System. Das wäre mir am liebsten natürlich, aber ob das passiert, sei mal dahingestellt. Kann ja der Zuschauer mal darunter schreiben oder die Kommentare, was er denkt, was kommt. Hast du eine Exit-Strategie? Ja. Willst du nicht erzählen? Doch, Bitcoin. Doch, klar. Eine geografische Exit-Strategie. Ich baue ja auch in der Honorarberatung maßgeschneiderte Strategien für den Exit und das ist ja auch bezeichnend, dass jetzt eigentlich in jeder Beratung danach gefragt wird. Das heißt, die Unzufriedenheit massiv zugenommen, weil vor zehn Jahren war das vielleicht von zehn Beratungen eine. Jetzt ist es in jeder Beratung und zwar gab es ein Bosch-Mitarbeiter, ist ein Ingenieur oder ein Milliardär. Alle sagen, okay, ich möchte einen Plan B und monetär ist es natürlich Bitcoin oder Gold und geografisch auch da, jeder Jack ist anders. Ich habe hier auch mal ein Video gemacht, für mich wäre es tatsächlich Irland, andere gehen dann irgendwie nach Thailand, nach Neuseeland oder Argentinien oder whatever, aber man muss halt wirklich überlegen, welche Sprache spreche ich, wo fühle ich mich wohl, weil man schwächt sich. Das muss man immer gleich wissen, man schwächt sich automatisch, weil hier ist man zu Hause, hier verspricht man den Witz, den Humor, den Subtext und hier hat man vielleicht auch die Netzwerke, die hat man in einem anderen Land erstmal nicht. Deswegen diese Illusion zu denken, oh, ich gehe irgendwo hin, das ist ja total schön, ich bin in Kanada mit einer Blockhütte und bin der autarke Selbstversorger. Ja, ja, dieses romantische. Pustekuchen, Pustekuchen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, da gibt es auch einige Geschäfte machen, die dann irgendwelches Land verkaufen, auf Nova Scotia und so weiter. Nein, geht erstmal hin, schaut es euch an und nie was kaufen, immer erst mieten und dann ein halbes Jahr und drei Monate mal auch wirklich durch Alltag erleben, also selber Wäsche machen, zum Arzt gehen, Einkäufe erledigen, Toilette reinigen, dann merkt man auch wirklich, bin ich hier zu Hause und wichtig ist wirklich, man muss die Sprache sprechen, ansonsten ist man auf verlorenen Posten. Okay, also gab es hier noch eine kleine Beratung am Ende für die Sexiestrategie. Marc, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch, hat Spaß gemacht. Mir auch. Die größte Revolution aller Zeiten, das größte Buch, das ich hier zu Hause habe, gleichzeitig. Ich sage Dankeschön und freue mich auf die Kommentare und natürlich auf ein Abo. Dankeschön. Ich danke dir.